. 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 De signaler, der bliver sendt fra næve til næve, altså synapsen, kan både være fremende og hændende. Ein Person, der hat ADHD, hat viele fremde signaler, als hemmende. So, das Medizin geht, ist, dass die fremde signaler wird, und dass der mehr hemmende signaler kommt, sodass sie gleich ist mellem sie, sodass sie normaler werden.